Am2RanotherMetroid 2 Remake 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 Die Frage ist bloß, was bringt uns das hier, können wir ja gar nicht runter. Totaler Quatsch eigentlich. Komm auch hier rüber. So. Ah. Ah. Hey. Hey, geh kaputt. Hey. Hey. Okay, so kommen wir ja offensichtlich nicht weiter. Hmm. Dagegen ist sie ja doch nicht weiter. Das ist eigentlich sehr schade, weil da geht es halt nicht runter. Ich glaube, hier bin ich sogar schon mal gewesen. Da bin ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Ach, komm on. So, geh kaputt. Hey. Nimm mal diese hartnäckige Gegner. Hier geht's kaputt. Ah. Sehr schön. So. 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 Kommt noch dran. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Oh. So. Okay, hier geht's nicht. So. Okay. Ah. Hallo Welt. Entschuldigung. Ich glaube, hier bin ich schon mal gewesen. Hundertprozentig. Zumindest waren hier die Viecher. Äh. Arr. Ach. Ne, hier bin ich doch noch nicht gewesen. Das ist neu. Ah. Stimmt, hier bin ich, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Oh. Wo ist er denn hier? Doch, hier bin ich schon mal gewesen. Hundertprozentig. Man verlegt sich zu langsam. So. Man verlegt sich echt zu langsam in den Überblick, wo man schon gewesen ist und wo nicht. Oh. 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 Okay. Jetzt geht's natürlich hoch und runter. Und hier geht natürlich nur... Oh, was war denn das? Oh, schade. Hier gibt's natürlich wieder massig Sand. So richtig massig Sand. Da kann man sich, glaube ich, nach unten schießen. Dann kommt man... Genau. Hier geht's dann irgendwie bewusst nicht weiter, meine ich. Beziehungsweise... Beziehungsweise kann man sich da jetzt nach unten schießen. Da ist dann der... Ich glaube, hier war das auch. Doch, ich glaube, hier war dieser dämliche Gegner. Ich bin mir nicht mal so hundertprozentig sicher, aber das sieht sehr verdammt danach aus. Das kommt davon, wenn man so ein Spiel lange nicht mehr spielt. Vollkommene Orientierung findet, wenn man nicht mehr weiß, wo man lang gehen möchte. Oder langgegangen ist vielmehr. So. Und noch mehr Raketen. Uiuiuiuiuiui. Okay. Ganz offensichtlich geht's hier nicht weiter. Schade eigentlich. Macht ja nix. Zack. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie flüchte, aber ich möchte erst mal andere Gegenden absuchen, bevor ich hier weitermache. Glaube ich zumindest. Zack. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das denke. Dann könnte ich nämlich noch mal ein paar Meter weiter nach oben gucken. Ja, das sieht ja ganz gut aus. So. Ach, hier oben ist der Deckel. Wieso überrascht mich das überhaupt nicht? Oh. Das ist neu. Aber hier muss ja irgendwo auch mein Ende sein. Das ist ja vollkommen legitim. Die Frage ist bloß, komme ich hier irgendwo weiter? Bringt mir das irgendwas? Das kann nicht gut sein. Das kann nicht gut sein. Ich glaube, die greifen uns an. Nicht cool. Gar nicht cool. Ja, ich glaube, die sind ein paar kleinen Worker-Drones, die sind uns, glaube ich, schon bewegt. Die sind mit den Fliegenviecherteilen-Dixis. Oh, was ist denn hier? Oh. Oh. Okay. Oh, okay. Hier kommen wir noch nicht hin. Das ist aber blöd. Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Moment mal. Oh. 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 Ich möchte die Raketen haben. Oh. 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 Nice. Was geht denn hier? Moment. Was? Wir bräuchten Raketen. Aha. Cool. Ach, was ist Quatsch? Ich kann ja springen. Ups. Wie komme ich hier jetzt an die Raketen? Kann ich jetzt irgendwie freispringen? Nee, kann ich nicht. Das ist aber sehr ärgerlich. Und wer hat's gedacht? Hier haben wir wieder Sand. Ja. Voll wie Müsse. Ach, hallo. Hallo, Viech. Das war doof. Macht aber nichts. Oh. Cool. Meine Güte. Gut, dass es hier keine Punkte für Agility oder Forst. Ja, halt die Frage ist wo Land nicht erzieht. Wir haben seit Ewigkeiten kein Safe State mehr gesehen. Das ist total blöd. Oh, da bis dahin komme ich nicht hin. Wenn jetzt hier nichts zum Speichern ist, ne? Oh. Oh. Hallo, Metroid. Oh. Nein, 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 nein. Was gut ist denn da? Wow. Was für eine miese Nummer war das denn, Alter? Wow. Wenn man einmal nicht aufpasst. So Toll, ich kann jetzt nirgendwo speichern Das ist totaler Käse Jetzt habe ich hier einen Meteor-Platt gemacht Ich habe den ganzen Weg auf mich genommen Nur Um diesen einen blöden Meteor-Metroiden kaputt zu machen Ich fass das gerade nicht Hallo Alter Wenn es Punkte für daneben schießen gäbe, wäre ich ja besser Ach ja, war das nicht so, dass der Sand wieder nachwächst Es wäre auch ganz komisch, nachwachsender Sand schon mal gesehen Ach ja, hier kommt man ja nicht lang, stimmt Ach Wie ganz so ein Weg, wir ja zurück Das war ja total unnötig, aber macht ja nichts Jetzt haben wir noch neun Betroids in der Nähe Das kann ich mir ja fast nicht vorstellen Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein Oh, hier sind wir noch nicht gewesen Da drüben auch nicht Ist ja interessant Oh, hier sind wir noch Oh Komm hoch Lebt nur von Bomben allein Und tschüss nach unten wir haben das gefühl dass das kein gutes ende nimmt es wird ja schon wieder einer musik ist doch das ist doch nicht gut eigentlich wollte ich nur speichern sehr schön menschen haben wir ja gut was geht naja fast gut nicht ganz so mega viel aber wir haben immerhin was geschafft und wir sind mitten im industrial komplex alles klar dann kann die reise ja endlich weitergehen ich bedanke mich an dieser stelle fürs zu sind hoffe dass es euch gefallen hat wenn dem so war gebt daumen drauf teilt das video schreibt etwas in die kommentare wie es euch gefallen hat wenn es euch gefallen hat ob es euch gefallen hat oder sonst irgendwas worauf ihr gerade bock habt heute haben wir sehen wann das nächste video rauskommt ich bedanke mich und sage bis zum nächsten mal ich bin löckris und das war am2r tschauzen